okay ich würde gerne mit euch einmal etwas zur zahl pi machen und zwar möchte ich pi per zufall bestimmen mit einem zufallsexperiment und das funktioniert folgendermaßen aufgepasst ich habe einen hubschrauberlandeplatz ok der hubschrauberlandeplatz der sieht so aus jetzt hier es mal ist ein quadrat und da drin ist ein kreis zum einen sauberen kreis zu skizzieren auch das haben wir im discord neulich mal gemacht da gibt es so ein tool süßes tool mit dem man das üben kann ja ok das soll ein kreis sein okay so und jetzt fällt da regen drauf auf den hubschrauberlandeplatz zufällig aber in gleicher weise also nicht irgendwo keine ahnung die wolke hängt nicht an einer ecke von dem hubschrauberlandeplatz sondern da fällt überall regen drauf mal in die ecken mal in den kreis hinein so okay wie kann man jetzt pi bestimmen mithilfe der anzahl der regentropfen und hat jemand eine idee sind die regentropfen alle homogen ja ja wir also total idealisierte welt ja die sind alle schön gleich verteilt darüber gefallen regentropfen im kreis durch außerhalb des kreises irgendwie so bestimmt ja so in die richtung ganz gehen genau das hat was mit den flächen zu tun mit den flächen die häufigkeit genau muss die häufigkeit der regentropfen zählen angenommen also das quadrat hat hier angenommen wir haben den radius r so der kreis hat den radius r so wie groß ist denn die fläche des kreises ah f' sagt radius auf einen meter setzen dann haben wir schon mal was leichteres okay ich nehme dein rad an wir haben den einheitskreis also der hubschrauberlandeplatz hat den der rad der kreis hat den radius 1 so wie groß ist die fläche des kreises genau pi r quadrat und weil r gleich 1 ist es pi mal 1 quadrat also pi wie groß ist die fläche des quadrats 1 sicher 4 kommt 1 und 4 wie groß ist denn die seitenlänge des quadrats wenn der radius 1 ist die seitenlänge ist dann 2 2 mal der radius genau und demnach ist die fläche des quadrats 2 mal 2 gleich hier so jetzt fallen diese regentropfen auf den kreis und auf das quadrat auf den kreis und manchmal also wenn sie auf den kreis fallen sind sie ja auch im quadrat und nur manche fallen in die ecken des quadrats und sind nicht im kreis und jetzt zähle ich die regentropfen ich zähle die regentropfen im kreis und ich zähle die regentropfen im quadrat da komme ich auf zwei anzahlen also häufigkeit absolute häufigkeit der regentropfen im kreis absolute häufigkeit der regentropfen im quadrat und ich dividiere das was für ein verhältnis sollte da rauskommen annähernd was für ein verhältnis sollte rauskommen annähernd wenn ich jetzt die anzahl der regentropfen im kreis dividiere durch die anzahl der regentropfen im gesamten quadrat genau nämlich analog zur fläche des kreises durch die fläche des quadrats also pi viertel pi viertel für genügend große n genau wir müssen das gesetz der großen zahlen wir müssen möglichst viele regentropfen fallen lassen und dann zählen wir die im kreis und die im quadrat und die im quadrat also die im kreis werden auch für die im quadrat mitgezählt im gesamten quadrat die regentropfen dann nehme ich nur die im kreis und ich bilde dieses verhältnis und die anzahl der regentropfen im kreis durch die anzahl der regentropfen im quadrat müsste ungefähr 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 pi viertel sein das heißt wenn ich also diese regentropfen fallen lassen und dann habe ich die regentropfen im kreis durch die regentropfen im quadrat und ich nehme das ganze mal 4 dann müsste ungefähr pi rauskommen und das probieren wir jetzt mal aus wir lassen regentropfen zufällig fallen und zwar in tabellenkalkulationen ok bevor wir das machen machen wir noch eine vereinfachung wir müssen nämlich nicht den ganzen abschrauber landeplatz betrachten sondern wir schauen uns nur ein viertel an mehr brauchen wir nicht das sieht man das ist alles das ist ja alles symmetrisch hier haben wir vier mal die gleiche situation genau f' wir machen nur eine ecke ja genau richtig wir machen nur eine ecke und das sieht dann folgendermaßen aus wenn ich nur so eine ecke habe so ok jetzt überlegen wir uns nochmal wie kriegen wir denn raus ob ein punkt im kreis liegt oder nicht im kreis wir haben ja gesagt wir haben radius 1 radius 1 und wenn wir uns das so als koordinatensystem vorstellen hier ist vielleicht x und da y also radius 1 hier ist der punkt 0 ich habe jetzt irgendeinen punkt wie kriege ich raus ob der im kreis liegt oder nicht ich habe einen grund mit den koordinaten x und y y nervous null pointer mit dem satz des pythagoras die länge des ursprungsvektors berechnen ah ok also ich habe hier einen punkt hier einen punkt zum beispiel xy na hoppala punkt xy und das wird vorgeschlagen die länge der hypotenuse dieses rechtwinkligen dreiecks zu bestimmen ne der abstand vom ursprung genau ja wann liegt denn jetzt ein punkt im kreis und wann nicht und das haben wir hier x und y die koordinaten und wenn der abstand gleich 1 ist wenn der abstand gleich 1 ist also wenn wir müssen ja die länge hier bestimmen wie nennen wir die mal c ja und vielleicht gucken wir erstmal was wie man c berechnet mit dem satz des pythagoras natürlich hatten wir vorhin ne c ist gleich die wurzel aus x² plus y² so und wann ist der jetzt der punkt im kreis hier wird vorgeschlagen c muss gleich 1 sein was ist wenn c gleich 1 ist wo liegt dann der punkt ah es wird vorgeschlagen kleine 1 oder kleiner gleich 1 je nachdem wie man sieht genau das liegt auf dem auf der kreisbahn auf der kreislinie genau ne also der punkt hier ich mach mal andere farbe der blaue hier dieser punkt bei dem ist c gleich 1 ja weil hier sozusagen das ist sein c ne der hat den radius also c hat den radius c hat 1 c ist genauso groß wie der radius des kreises das heißt jeder punkt der im kreis liegt innerhalb des kreises bei dem ist der radius ist der ist die länge c kleiner als 1 wenn der punkt auf der kreislinie liegt ist c gleich 1 und wenn der punkt nicht auf dem kreis liegt also hier drin dann ist c größer als 1 also ein punkt innerhalb des quadrats liegt dann im kreis oder auf der kreisfläche wenn die wurzel aus x quadrat plus y quadrat kleiner gleich 1 ist das ist unsere bedingung die wurzel aus x quadrat plus y quadrat die beiden koordinaten des punktes quadriert addiert wurzel gezogen muss kleiner gleich 1 sein dann liegt der punkt innerhalb des kreises videos ansonsten auch nicht so ok wenn es fragen dazu gibt bitte melden ja gleich fragen Okay, dann wechseln wir nochmal die Tabellenkalkulationen und experimentieren ein bisschen. Ihr seht schon alles perfekt vorbereitet hier. Okay, wir brauchen Punkte. Jede Menge. Mit Koordinaten. Jetzt brauche ich Punkte und die Koordinaten, die sollen ja irgendwo zwischen 0 und 1 liegen. Wir sind ja im Einheitsquadrat. Also x ist irgendwo zwischen 0 und 1 und y irgendwo zwischen 0 und 1. Und das kriegen wir in Tabellenkalkulationen hin mit der Funktion Zufallszahl. Die spuckt nämlich einfach einen Wert aus zwischen 0 und 1. Einen zufälligen. Wenn ich das jetzt hier rüberziehe, sieht man auch hier jetzt wieder einen Wert zwischen 0 und 1. Das wird übrigens, wenn ich jetzt, kennt ihr bei Excel ist es so, wenn ich fn, also Funktion f9, drücke, dann wird immer wieder neu berechnet. Das können wir nachher nutzen und immer schauen, was passiert, wenn wir immer wieder neu berechnen. Und man muss ja noch die Definitionsmenge angeben für x und y genau. Genau, das müssen wir machen. Und x und y liegen beide zwischen 0 und 1. Also Element r sozusagen zwischen 0 und 1 im Intervall von 0 und 1 mit 0 und 1 eingeschlossen. Jetzt müssen wir noch den Test für uns überlegen. Wir müssen testen, ob der Punkt jetzt innerhalb des Kreises liegt oder nicht. Und da hatten wir ja gesagt, die Wurzel, ich schreibe das hier gleich mal rein, ist gleich Wurzel von x². Also x steht hier im Feld a2. Das Quadrat ist einfach mal so, a2 mal a2 plus y² in B2, Zelle B2. Wir können ja vielleicht erst mal die Wurzel hier hinschreiben, machen wir es schrittweise. Genau, also das wäre jetzt die Wurzel. Oder in unserem Fall, ich schreibe nicht Wurzel drüber, das war die Länge c. Habe ich mich vertippt? Oh, B2 plus B2 habe ich reingeschrieben. Danke für den Hinweis. B2 mal B2, ist mir auch zu groß vorgekommen gerade. Ich habe mich vertippt. Gut, dass ihr aufgepasst habt. So, B2 mal B2 natürlich. So, jetzt stimmt's. Wurzel von a2 mal a2 plus B2 mal B2. Genau, und das ist c, das ist die Länge c. Die Hypotenuse dieses rechtwinkligen Dreiecks. Die Länge der Hypotenuse. Okay. Ja, und das müssen wir testen, ist die kleiner gleich 1. Wenn wir den testen. Ihr merkt, immer wieder wird das neu berechnet, wenn ich irgendwas ändere, ist egal. Also, wenn die Wenn-Funktion, das hier, also der Inhalt der Zelle c2 kleiner gleich 1 ist, Semikolon, jetzt, wenn die Bedingung erfüllt ist, c2 kleiner gleich 1, dann würde ich sagen, geben wir eine 1 aus, Semikolon, und falls die Bedingung nicht erfüllt ist, geben wir eine 0 aus, Klammer zu. Ja, also wenn. Erst kommt die Bedingung, wenn c2 kleiner gleich 1 ist, dann wird 1 ausgegeben, ansonsten 0. Ah ja, schaut mal, ist 1, ne? Hier wird 1 ausgegeben, ist kleiner gleich 1, also wird hier 1 ausgegeben. Berechnen wir mal ein paar Mal neu. Immer, okay, wir sind immer, ah, jetzt sind wir mal größer als 1, auf einmal ist der Test 0. Scheint so funktioniert, ne? Ja, sehr schön. Und jetzt kopieren wir das mal nach unten, weil wir nämlich, ja, keine Ahnung, wie viel machen wir? Tausend? Oder machen wir vielleicht erstmal nicht so viel? Ah ja, genau, pass mal auf. Machen wir erstmal, vielleicht machen wir erstmal weniger, um zu gucken, was passiert. Machen wir mal 50 Regentropfen, okay? Okay, 50 Regentropfen. So muss ich bis Zelle 51 gehen, weil wir da oben noch so eine Titelzeile hatten. Nervous macht gleich Vorschlag 500.000, okay. Also gehen wir, machen wir 50, ne? Das haben wir hier 50 Regentropfen fallen lassen. Man sieht, es sind also ganz viele Einser dabei, eher weniger Nuller. Okay, ist klar, ne? Weil die Ecken, das sind ja weniger als die Kreisfläche da. Er will Ergäxel leiden sehen, Nervine, genau. So, und jetzt brechen wir mal hier. Müssen wir gucken, wie viele Einser sind denn jetzt gekommen? Wir müssen jetzt gucken. Anzahl im Kreis. Und die Anzahl im Quadrat. Also die Anzahl im Kreis ist, müssen wir jetzt die Einser zählen, ne? Wie viele Einser sind das? Ja, und dann können wir einfach die Summe machen, ne? Ist gleich die Summe von D2 bis, machen wir doch gleich, D10.000, ne? Also ab D2 begonnen bis D10.000. 38 mal eine Eins. Ja, und jetzt wollen wir noch wissen, wie viele Regentropfen sind insgesamt gefallen. Wir wissen jetzt, dass es 50 sind. Wir wollen es aber vielleicht noch ein bisschen ändern später. Insofern bestimmen wir mal die Anzahl. der tatsächlich ausgefüllten Zellen. Und dann machen wir das Gleiche. D2 bis D10.000. 50. Okay. Anzahl 50. Und ihr erinnert euch, was müssen wir jetzt machen? Was müssen wir jetzt berechnen? Hi, Pokémon Chain. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Wir bestimmen gerade Pi per Zufall. Sind schon ganz gespannt, was jetzt hier rauskommt. Also, was wollen wir machen? Anzahl der Regentropfen im Kreis durch die Anzahl der Regentropfen im Quadrat mal 4. Genau, mal 4 haben wir gesagt, ne? Pi-Annäherung ist also gleich dieser Wert durch dieser Wert mal 4. Genau, bald ist Pi-Tag, Pokémon Chain. Das war sozusagen der Anknüpfungspunkt. 3,82 ist schon ziemlich nah an Pi dran, oder? Wir berechnen mal neu mit Fnf9. 2,48, oder? Das ist ein bisschen niedrig. 3,2 3,04 3,2 3,36 Ja, wir sind aber schon ziemlich dicht dran an Pi, ne? So. Haha, Abine. Ja, ja, sehr lustig, ne? Nicht, dass am Ende noch G2 durch in Klammern G3 mal 4 rechnet. Da haben wir auch diesen diese Diskussion gerade in unserem Discord-Channel gehabt. Ja, ja. Okay, aber ihr merkt, wir sind noch nicht so dicht dran an Pi und vielleicht liegt es daran, dass wir noch zu wenige Regentropfen haben fallen lassen. Das Gesetz der großen Zahl besagt ja, je ähm größer die Anzahl ist der der Datenpunkte, die ich habe, umso mehr nähert sich die relative Häufigkeit der Wahrscheinlichkeit an. Ja, im Wahrscheinlichkeitsbereich und in diesem Fall wäre es so, naja, je größer die Anzahl der Datenpunkte ist, umso mehr nähert sich ähm der Annäherungswert her tatsächlich der Zahl Pi. Okay, probieren wir mal aus, oder? Kopieren wir das mal schön weiter nach unten und jetzt gehen wir mal richtig in die Vollen, oder? Machen wir mal 1000. Um nicht bis 1001 gehen, ne? 1000 Werte haben will wegen der Titelzeile. So. Und ich bin gespannt. Lass uns mal gucken, was da jetzt oben rauskommt. Ja, es sind natürlich jetzt viel berechnet, ne? Und das ist jetzt natürlich etwas belastend vielleicht auch. So. Ah ja. Wir haben 1000 Regentropfen fallen lassen und 803 sind im Kreis. Und jetzt brechen wir neu. 3,2 3,208 3,132 Aha, schön. 3,124 3,148 und so weiter. Ja, jetzt sind wir schon intervallmäßig schon dichter dran an der an der Zahl Pi, ne? Also, es ist natürlich klar, es ist theoretisch auch alles andere möglich, ne? Wir haben ja ein Zufallsexperiment. Es könnte auch könnten auch 1000 Regentropfen in die Quadratecke fallen. Wäre denkbar. Ist nicht besonders wahrscheinlich, ne? Aber wäre denkbar. Insofern ist es natürlich immer nur eine, ja, ein Zufallsexperiment. Es ist keine exakte Berechnung, sondern wir können nur die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass die Annäherung im Bereich des tatsächlichen Wertes liegt, indem wir die Anzahl der Datenpunkte erhöhen. Ja, ich hätte auch erwartet, dass es mehr bei 3,1x landet. Ab hier, dann machen wir nochmal weiter, oder? Eins können wir uns noch. Gehen wir nochmal richtig nach unten. Bis wohin wollen wir gehen. Ah, ja. Ihr könnt es auch mal selbst ausprobieren zu Hause, wenn euch langweilig ist. Gehen wir mal bis 2.500 irgendwas. So. Okay. Jetzt kommen wir ganz nach oben. Oh, okay. Ihr merkt, es haben wir 2.546 Regentropfen fallen lassen, 2.013 im Kreis gelandet. Und jetzt machen wir nochmal das Ganze. 3,145. Oh, Mensch, jetzt sind wir über dich dran. 3,139. Ja, also da sind wir jetzt schon wieder ein bisschen näher dran und das bestimmt einen doch ganz positiv. Wunderbar. Also, wir haben die Zahl p per Zufall angenähert. Wunderschön. Okay. Das war's. Okay. Vielen Dank.